hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge handpuppen unter der lupe heute mit der großen eule von der firma volken manners die große eule ist eine sehr detailverliebte handpuppe wie sie vielleicht auch schon auf den ersten blick verraten ist aber was die genauen details der handpuppe sind das möchte ich dir einmal kurz zeigen fangen wir als erstes bei dem kopf an der kopf der eule ist ja ist total schön gestaltet also wir haben hier unterschiedliche gefieder farben möchte ich es mal nennen auch wenn es ein floor ist in wirklich unterschiedlichen längen wir haben hier beispielsweise einen wirklich kürzeren floor beziehungsweise der kürzeste den ich an dieser eule gefunden habe über einen mittel langen floor bis hin zu wirklich einem ja sehr langen floor der auch hier wohl anscheinend mit die ohren darstellen soll die augen sind hier gelb orange gehalten in der mitte ist eine schwarze pupille und dann wenn wir uns den schnabel ein bisschen genauer anschauen und dann ist es so dass er doch glänzt man sieht das jetzt hier dass sich das licht von der kamera ein bisschen das ist reflektiert finde ich etwas ungünstig gewählt ich hätte mir gewünscht dass es eher etwas matter ist sowie das auch hier bei einer also meines wissens nach bei bei einem normal ist das ist wirklich so eher ein matt ist zum vergleich einmal zeige ich dir noch die füße der eule gerade einmal kurz da sieht man das ist wirklich so etwas matter das ist ja eine art kunstleder es spiegelt nicht so stark wie sag ich mal jetzt der schnabel das ist wirklich eher dezent und ja finde ich ein bisschen schade hätte man anders wählen können ja wo jetzt gerade noch beim kopf sind schauen wir uns auch noch mal einmal die rückseite an die sieht bei dem kopf so aus dass wir auch hinten noch mal wirklich bunt gemischt den floor haben also es wirklich keinen einheitspreis ist wirklich ja sehr natürlich möchte ich sagen also es gibt ja nicht nur menschen die wirklich um das mal zu vergleichen rein blondes haar haben das besteht wirklich aus mehreren fausten und so ist es ja bei bei tieren auch so und es wirklich glücklich alles wirkt wirklich alles sehr natürlich dann einmal zu den klappmaul bzw ein klappmaul hat dieses tier ja nicht sie hat innen drin einen mechanismus womit man die augen bedienen kann der ist bei dieser handpuppe schon leider etwas ausgeleitet haben die mal ausgeliehen und wenn man an einem hebel innen drinne den runter drückt dann schließen sich die augen normalerweise wäre das so aber es gibt noch ein band wo man das ein bisschen ja nachjustieren könnte wenn man wirklich sehr geschickt ist mit den fingern dann würden sich die augen dann wieder der eule schließen lassen des weiteren kann man an einem stab der hier drin verbaut ist der geht ungefähr bis hier unten hin kann man den kopf drehen man kann beides wirklich gleichzeitig bedienen wenn man eine wirklich neue eule hat wo dieser hebel sich noch ganz runter drücken lässt einmal zur mechanik hatte bei der firma folgmann das angefragt ob man das ganze irgendwie nachstellen kann das ganze ist nur möglich wenn man hier hinten die naht findet und dann den kopf auftrennt aber ich glaube das ist eine echt sehr aufwändige arbeit von daher würde ich eher versuchen dass du dann falls es bei deiner eule auch sein sollte dass die augen nicht mehr richtig schließen du dann eher versuch dieses band noch nachzustellen innen drin ist eine feder verbaut die als die augen wieder dann beziehungsweise die augen wieder dann hoch ziehen soll die scheint hier ein bisschen schon ausgeleitet ist wahrscheinlich aufgrund der hauptigen benutzung der handpuppe ansonsten ja das war es erstmal zum kopf kommen wir weiter zu dem körper also dem torso von der handpuppe hier ist auch noch mal so dass wir wirklich unterschiedliche floor längen verwendet wurden hier am bauchgefieder sage ich mal ist ein bisschen kürzer es ist auch in einer ganz anderen farbgebung als noch mal hier dieses haupt gefieder beziehungsweise der haupt floor und der hier an der eule mit verwendet wurde finde ich echt schön dann haben wir hier an den seiten die flüge die lassen sich nicht weiter als bisher sage ich mal ja ausbreiten die flüge kann ich auch bespielen ist ein bisschen schwierig man kann das ganze dann so aussehen lassen also quasi dass die eule die flüge zu sich hinein zieht heran zieht an den bauch auf dem rücken sieht man das da zieht sich im prinzip diese mischung der ganzen farben der eule zieht sich das noch mal weiter bis hin zu der schwanzfeder und hier unten unter der schwanzfeder beziehungsweise zwischen schwanzfeder und den fußansatz befindet sich auch der eingang in das ja in den kopf muss man ja sagen klappmaul ist es ja nicht und dann kann ich dort das auch bespielen die füße hatte ich gerade schon einmal gezeigt die füße sind hier wirklich in einem sehr sehr kurzen floor gehalten sind wirklich schön gestaltet hier unten haben wir halt dieses ledrige was wahrscheinlich auch bei einer echten eule so der fall ist es fühlt sich vom taktilen her es fühlt sich gut an es fühlt sich würde ich jetzt mal behaupten natürlich an ich habe selber noch keine gestreichelt aber ich würde mal vermuten dass es sich so ähnlich anfühlt wenn ich mir bilder von eulen anschauen dann die krallen selber sind schön gearbeitet die haben hier unten noch mal so eine eingerung ich würde jetzt sagen das ist auch alles hier nur mit luft gefüllt also dass allein durch diese kleine wirkung die hier unten ist dass dadurch diese form erreicht wird von diesen krallen und ich finde das toll gemacht toll gearbeitet wir haben insgesamt hier vier krallen an jedem fuß und ja also ich muss sagen im großen und ganzen ein echt tolles produkt toll gearbeitet und ja mehr kann ich einfach nicht dazu sagen und kommen wir zum abschluss aber bevor wir zum abschluss kommen zeige ich dir noch mal ein paar schöne detailaufnahmen von der eule und Musik Mir gefällt die große Eule von der Firma Volkmanners sehr gut. Video auch schon ein bisschen aus meinen Nebenbemerkungen erlesen konntest. Ich finde, dass die 92 Euro, die die Handpuppe derzeit kostet, wirklich gerechtfertigt sind. Mit der ganzen Mechanik und mit den ganzen verwendeten Materialien auch an der Handpuppe ist es einfach eine super gelungene Umsetzung zu einem wirklich fairen Preis. Wenn dich diese Handpuppe interessiert, dann probiere sie doch einfach mal aus. Wenn du die Gelegenheit hast, nutze sie wirklich. Es ist wirklich eine tolle Tierhandpuppe. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar hier unter diesem Video freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen da. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, würde ich mich dann über einen konstruktiven Kommentar unter diesem Video freuen. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Hannes. Ciao.